Lecce ist das Zentrum der Halbinsel Salento im äußersten Süden Italiens. Es ist eine Parockstadt mit ihren Parockgebäuden aus dem 16. bis 18. Jahrhundert als historischen Sehns für die Gain. Die Stadt wird ja im 13. Jahrhundert vor Christus geknäht. In Lecce finden Besucher zahlreiche Zeignisse der langen Geschichte der Stadt. Das älteste Gebäude ist das romische Ampitheater an die Piazza San Soronzo, die Embera Kirche Basilica in Santa Claus, die Cisa San Giovanni Battista in der Figa Giuseppe Libertini und den Palazzo del Seminario. Wenn Sie nach Lecce gehen, sollten Sie diese Gerichte probieren. Cicerietria, ein Gericht aus Nudeln und Kichererbsen. Pulpola Piñata, für die Merels früchte Fans. Das ist Tintenfisch, der in einem Topf namens Piñata gekocht wird. Und wenn Sie etwas Suse suchen, probieren Sie Pastichotto, ein Kuchen aus Mürbeteig mit Bebek Creme. Der Sport des Landes ist Fussball. Der Fussballverein in Lecce ist US Lecce. US Lecce hat ein Touristen Frontlicher Stadion, das heißt Fia del Mare, das Sie mit ihrer Familie suchen können. Fussballverein in Lecce hat ein Kuchen aus Mürbeteig mit Bebek Cerelloren und den Palazzo die Fussballverein in Lecce. Aus Mürbeteig mit Bebek Cerelloren.